Also sind wir natürlich trotzdem direkt in die Kajaks und haben unsere ersten Runden auf dem Götterwasserfall gedreht, was natürlich göttlich war. Und dann habe ich einen Blick auf die Kopfschmerzen und dann habe ich einen Blank-Reset in meinem Gehirn und ich konnte, dass ich einen sehr starken Back-Issuen habe. Ich dachte, dass ich meine Back-Itschmerzen habe.